Musik Heute betrachten wir das Kunstwerk Acoustic Ocean von Ursula Biemann. Es ist ein Video. Das heisst, es sind bewegte Bilder, wie im Fernsehen. Was könnte der Titel auf Englisch bedeuten? Es heisst «Klanglicher Ozean». Ein Ozean, der klingt. Es hat etwas mit Tönen zu tun. Im Video ist eine Frau zu sehen. Sie ist an einem einsamen Ort am Meer. Es ist kalt. Sie stellt verschiedene Geräte am Meer auf. Es sind Mikrofone. Mikrofone nehmen Töne auf. Was macht diese Frau mit diesen Geräten? Sie interessiert sich für die Klänge des Meeres. Im Video hören wir viele Geräusche. Hören Sie die Wellen? Es gibt aber auch noch viele andere Klänge. Tiere im Meer machen Geräusche. So können sie miteinander reden, ohne dass sie sich sehen. Die Künstlerin möchte zeigen, dass sogar stumme Fische miteinander sprechen. So sind sie miteinander verbunden. Hören Sie einmal genau hin. Und dann finden Sie eine Frau mit diesem Künstler im cristian.